Der Fasching, kaum begonnen, steuert auch schon seinem Höhepunkt zu. Immer dringender wird für die noch Unentschlossenen die Frage, was soll man anziehen? Hier einige Vorschläge aus Hamburg. Wie wäre es mit der sattsamen, wenn auch nicht als sitzsam bekannten Pleopatra? Oder als Sonnenschirm? Bormesinnen wie immer stark gefragt. Eine Chinesin mit pariserischem Charme. In München kommen Vorschläge, hier eine leicht entblätterte Lotosblume. Und noch etwas Exotisches für tropische Nächte und feurige Stimmung. Und nun hinein ins volle Maskenleben. Mit recht viel Stimmung, Musik und Alkohol, wie hier in Köln. Die große Narrenzeit beginnt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017